Die Stadt Jülich als Festungsstadt ist über Jahrhunderte durch das Militär geprägt worden. Das gilt vor allen Dingen für das 19. Jahrhundert, als Jülich preußischer Garnisonsstandort gewesen ist. Bis zu 3000 Soldaten, Offiziere waren in der Stadt, also etwa genauso viel, wie wir Einwohner in Jülich hatten. Es gab einen eigenen Garnisonsfriedhof, der lag dort, wo sich heute der Ehrenfriedhof befindet. Und über die Zeit hinweg ist ein Grabstein dieses Garnisonsfriedhofs in die Museumssammlung gekommen. Er ist von dem Dr. Wilhelm Göring, der königlicher Oberstabsarzt gewesen ist. Er wurde 1841 in Emmerich geboren und war seit 1872 in Jülich. Er ist in Jülich quasi in die Honorationsschicht aufgestiegen, gehörte zu den etablierten Vereinen und ist 1902 gestorben. Seine Frau ist dann 1915 gestorben. Auch sie ist auf diesem Grabstein vermerkt. Dieser Dr. Wilhelm Göring ist Onkel des Reichsmarschalls Hermann Göring gewesen. Und Willi Pelzer aus der Stadtverwaltung Jülich konnte sich noch daran erinnern, dass man zum Totengedenken immer aus Berlin einen großen Kranz nach Jülich geschickt hat in der NS-Zeit. Und insoweit ist dieser Grabstein natürlich auch ein Zeugnis für ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte, auch wenn die Zeit Wilhelm Görings natürlich deutlich davor liegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017